Willkommen zu AI-Talks Nagele mit Köpfchen von und mit Dr. Johannes Nagele. Der promovierte Neurowissenschaftler hat seine Liebe zur Forschung nie verloren und spricht mit den hellsten Köpfen über die neuesten Trends rund um KI. Doch statt Business-Blabla heißt es jetzt Nagele mit Köpfchen. Willkommen zur heutigen Episode von unserem Podcast. Heute geht es um das Thema Unsicherheit. Sehr spannendes Thema, Unsicherheit in der KI. Viele Leute können sicherlich mit dem Thema Unsicherheit in verschiedensten Kontexten irgendwas anfangen. Heute schauen wir es uns aus einem ganz besonderen Winkel an, nämlich eben die Unsicherheit von Ergebnissen von KI-Algorithmen. Spielt heutzutage auch eine sehr große Rolle, da werden wir gleich einfach nochmal tiefer einsteigen. Ja, und ich möchte unseren heutigen Gast begrüßen, die Cornelia Gruber und würde auch dir direkt das Wort übergeben. Vielleicht stellst du dich einfach einmal vor. Ja, danke. Also vielen Dank für die Einladung schon mal. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, hast du ja schon gesagt, ich bin die Cornelia Gruber. Ich mache gerade mein PhD an der LMU in München am Statistik-Institut. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen foreshadowing, warum mich das Thema Uncertainty besonders interessiert oder Unsicherheit im Allgemeinen. Genau, ich habe mein Bachelor und Master auch an der LMU gemacht und weil mir das so gut gefallen hat, habe ich direkt weitergemacht, genau, mit dem PhD. Und mein Thema sind eben Unsicherheitsquellen oder Unsicherheiten allgemein im Machine Learning-Bereich. Da merkt man schon wieder so ein bisschen diese Welt mit Statistik und Machine Learning, wo die sich überlappen, wo da die Grenzen sind, ist auch fließend. Aber das Thema Uncertainty, finde ich, passt sehr gut genau an die Grenze da rein. Ja, das sehe ich genauso, ja. Das betrifft, wir haben oft die Diskussionen, was ist Machine Learning, was ist Statistik, was ist KI und so weiter. Das nimmt jetzt alles nochmal einen bisschen neuen Twist mit den Foundation-Models und so weiter, wo man ja subjektiv doch schon ein bisschen mehr das Gefühl hat, man spricht jetzt tatsächlich von sowas wie einer Art von Intelligenz oder so. Aber auch da ist das Thema Unsicherheit auch super wichtig, wenn man zweimal einen ganz ähnlichen Prompt eingibt, vielleicht nur mit ein bisschen geswitchten Worten, kann auch was völlig Unterschiedliches rauskommen und so weiter. Deswegen super relevantes Thema. Wie lange machst du dein PhD jetzt schon? Seit ungefähr anderthalb Jahren bin ich jetzt schon dabei. Genau. Habe jetzt halt auch so mich tatsächlich die erste Zeit sehr intensiv sozusagen mit diesen ganzen Grundlagenthemen von Unsicherheiten beschäftigt. Also was dann natürlich ein ganz wichtiger Punkt wird, ist ja, dass man irgendwann diese Unsicherheit auch messen will, irgendwie quantifizieren will, damit man die dann im Idealfall reduzieren kann. Aber sozusagen bevor es überhaupt so weit kommt, sage ich mal, ist es relativ wichtig, meiner Meinung nach, dass man da saubere Definitionen hat, da auch, dass alle über das Gleiche reden, dass im Endeffekt die, ja, die Grundlagen sozusagen sauber aufgebaut sind. Und das waren so, ist mehr oder weniger das Thema, womit ich mich die letzten anderthalb Jahre beschäftigt habe. Ja, also wir haben uns auch, also vielleicht so ein bisschen, um zu erklären, wie wir überhaupt auch zusammengekommen sind, wir haben uns mit dem Thema Explainable AI in letzter Zeit auch viel beschäftigt. Und da ist das Thema Unsicherheit irgendwie immer so ein bisschen mit dabei. Aber so richtig viel wird auch nicht darüber gesprochen. Und ich komme ja auch so ein bisschen aus der Welt, sage ich mal, der probabilistischen Modellierung und so weiter. Und da ist immer Unsicherheit mit drin. Schon intrinsisch in der Art, wie man sozusagen die Modelle aufstellt. Und ja, das ist was, was, finde ich, einfach beachtet werden muss. Und Unsicherheit hat ja auch Vorteile. Also gerade jetzt, sage ich mal, in der probabilistischen Modellierung oder so, oder auch in der Art, wie unser Gehirn funktioniert, ist ja Unsicherheit etwas, das wir auch verwenden können, um eben zum Beispiel Ergebnisse sozusagen zu bewerten und so weiter. Also Unsicherheit wird ja oft so verstanden, es ist etwas Negatives allgemein. Also auch im ganz normalen Sprachgebrauch. Unsicherheit verbindet man etwas mit etwas Negativen. Aber ich glaube, im Zusammenhang mit Machine Learning ist es eigentlich etwas sehr Positives sogar, wenn man sich darüber bewusst ist, dass die Ergebnisse möglicherweise unsicher sind. Ja, total. Also das ist ja so genau der Kern der Sache, dass wenn alles sicher wäre, wenn man ganz genau wüsste, wie die Zusammenhänge sind, bräuchte man ja auch gar keine Machine Learning Modelle, weil dann würde einmal dieser Zusammenhang gefunden werden und dann wäre ja alles fertig sozusagen. Und das ist ja genau das Spannende daran, dass sozusagen diese Unsicherheit, gegen die kann man ja nichts machen. Also die ist ja einfach vorhanden so. Und dadurch ist es eben total wichtig, dass man irgendwie weiß, wie man mit der umgehen kann und es auch lernt, mit der umzugehen. Und dass das auch so ein bisschen mehr in diese ganze Machine Learning Welt reinkommt. Also jetzt habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl, dass das ganz oft vergessen wird tatsächlich. Also man baut sich dann irgendeinen Algorithmus, der irgendwas klassifizieren kann oder irgendeinen Regressionskontext schätzen kann. Und da geht es dann ganz oft im Endeffekt nur um die Ergebnisse. Also okay, was ist die Prediction jetzt hat? Aber das Wichtige ist ja dahinter, dass sozusagen jeder Wert mit einer gewissen Unsicherheit mitkommt. Und das ist genau das Spannende, finde ich, an dem Thema. Ja, es kann ja auch ein Algorithmus am Ende besser sein, der vielleicht, sage ich mal, die Labels falsch zugeordnet hat, aber sich eigentlich dabei sehr unsicher war. Das kann im Endeffekt trotzdem noch eine bessere, sozusagen wenn du es aus einer spieltheoretischen Sicht siehst, trotzdem noch besser sein als ein Algorithmus, der sich total sicher ist über seine Kategorien und seine Labels. Total spannend, weil du jetzt halt gerade schon so mein nächstes Forschungsprojekt so ein bisschen angeschnitten hast. Genau darum soll es dann bei mir nämlich dann auch gehen. Und zwar schauen wir uns dann einen konkreten Datensatz an, der so ein bisschen aus dem NLP-Bereich kommt. Also da hat man zwei Sätze, die aufeinander folgen. Und die Frage, oder einfach zwei Sätze erstmal, und die Frage ist, folgt der eine irgendwie logisch aus dem anderen? Widersprechen die sich oder sind sie neutral zueinander? Und das ist eigentlich relativ spannend, weil man da nicht nur ein Label bekommen hat, sondern 100 Leute gefragt hat für jeden von diesen Satzkombinationen, was die denn meinen. Also ist es denn jetzt, folgen die zwei Sätze aufeinander oder widersprechen die sich? Und das ist total spannend, weil da gibt es, vor allem weil die Sprache ja nicht so eindeutig ist, also da gibt es ja Nuancen und Kontext, Kontextinformationen, die vielleicht nicht richtig rübergebracht werden. Und da hat man wirklich total in den Daten drin schon halt einfach eine Unsicherheit. Und dieses typische, was ist die Ground Truth? Also was ist jetzt das richtige Label? Das macht in so einem Beispiel halt gar keinen Sinn. Und da, genau da konnte man auch schon zeigen, dass wenn man Modelle verwendet, die nicht einfach nur sagen, okay, das widerspricht sich ganz sicher, sondern eben diese Vielfalt der Label, also diese Verteilung der Label mit einbeziehen kann, dadurch weiß, was sind total widersprüchliche Beispiele, dann haben die es geschafft, tatsächlich Modelle qualitativ besser zu machen, weil man genau sehen konnte, was sind die ganz eindeutigen Beispiele, die haben die meisten Algorithmen gut gemacht. Und genau bei diesen Beispielen, wo sich auch die Menschen sozusagen uneinig waren, hat es der Algorithmus auch nicht geschafft, da ein richtiges Label sozusagen vorherzusagen. Und das ist dann ganz spannend, da wollen wir uns dransetzen, eben diese Verteilung auch modellieren zu können. Das ist auch total das passende Thema, dass das sozusagen gar nicht unbedingt eine Unsicherheit einfach verschwinden kann, sondern die ist halt manchmal einfach in den Daten an sich einfach drin. Ja, ja, absolut. Also das ist immer wieder ein Problem auch in der Praxis. Man einigt sich dann auf sozusagen irgendein Label vielleicht, aber so richtig, also Ground Truths, du hast ja gerade den Begriff auch schon genannt, die Wahrheit kennen wir ja oft gar nicht. Und wir können auch immer nur so eine Art Guess geben. Und wenn wir jetzt den Algorithmus sozusagen auf unseren Guess overfitten, kann dabei was rauskommen, was wir gar nicht wollen am Ende. Vielleicht hätten wir dem Algorithmus ein bisschen mehr Freiheit gegeben hätten und sozusagen diese Streuung, diese Unsicherheit mitgegeben hätten in den Output Labels, also in den abhängigen Variablen sozusagen, dann würde wahrscheinlich der Algorithmus ein viel umfänglicheres Bild von den ganzen, von den Daten beziehungsweise den Zusammenhängen in den Daten ermitteln können. Ja, wir haben jetzt schon so ein bisschen auch über verschiedene Arten der Unsicherheit gesprochen. Ich mache immer gerne noch mal so eine, ich hole immer gerne weit aus, ich meine, ich komme ja auch aus der Physik und da gibt es ja ganz, eigentlich ja schon sozusagen ganz grundlegende Unsicherheit. Wir haben ja die Heisenbergische Unschärferelation. Wir haben, in der Physik lernt man im ersten Semester die Fehlerfortpflanzungsformeln und so weiter, weil einfach, obwohl das eine sehr präzise Wissenschaft ist, es ist klar, alles ist im Prinzip ein bisschen unsicher. Und wenn das schon sozusagen auf Quantenebene beginnt, klar, da gibt es dann noch verschiedene sozusagen hierarchische Level, wo auch mal eine Unsicherheit wieder rausgewaschen werden kann sozusagen. Aber trotzdem haben wir ja auf allen möglichen Beschreibungsebenen immer eine gewisse Unsicherheit und eine Streuung da. Deswegen ist es eigentlich auch ein komisches Bild, das da entstanden ist im Zusammenhang mit dem ganzen Deep Learning, finde ich, dass man mit so fixen Labels überhaupt arbeitet. Also es ist natürlich klar, so ließ es sich halt machen und Backpropagation funktioniert halt so sehr gut. Aber, also was ich sagen will, ist, es gibt halt schon wirklich in dem Zusammenhang zwischen Input und Output eine Unsicherheit. Es gibt eine Unsicherheit im Input und im Output. Und ja, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, da gibt es auch professionellere Begriffe dafür und verschiedene Arten der Unsicherheit, über die man da sprechen kann. Ja, voll gerne. Also genau, also du hast so zwei verschiedene Aspekte angesprochen. Einmal sozusagen, wo diese Unsicherheit überall drin stecken kann und andererseits, welche Arten von Unsicherheit existieren. Ich fange mal jetzt mit den, welche Arten existieren an. Da wird jetzt halt ganz aktuell so in der Literatur oder so in der Machine Learning, Forschung in den letzten Jahren relativ stark die Unterscheidung vorgenommen, dass man in aleatorische und epistemische Unsicherheit unterscheidet. Vielleicht erst mal ein bisschen was zu den Begriffen, dann kann man sich besser vorstellen, was das denn genau sein soll. Alea ist der Würfel auf Lateinisch. Das ist die so intrinsische Unsicherheit, die einfach aus so einer gewissen Zufälligkeit kommt. Also da sagt man oft auch Datenunsicherheit und man sagt auch oft, dass die nicht reduzierbar ist, weil das ist halt so einfach, diese Streuen, die hat man halt einfach drin. Auf der anderen Seite gibt es dann eben diese epistemische Unsicherheit. Episteme ist griechisch für das Wissen oder die Erkenntnis. Und das ist die Unsicherheit, die daher einherkommt, dass man eben kein vollständiges Wissen über zum Beispiel diesen datengenerierenden Prozess hat oder über welches Modell das richtige wäre. Also alles, was mit jeglicher Form von Wissen, also auch Expertenwissen oder einfach genug Wissen über die Daten, also die Datenmenge zu tun hat, das wird in diese epistemische Unsicherheit reingesteckt. Und man sagt, naja, Wissen kann man ja wieder irgendwie akquirieren, man kann ja mehr Wissen haben und deswegen ist die ja theoretisch reduzierbar. Ich verstehe. Erst mal so schön, so gut. Das hört sich an sich auch ganz sinnvoll an, aber je länger man über diese Konzepte nachdenkt, desto mehr merkt man, dass eigentlich diese Begriffe gar nicht so fix und so klar sind und so eindeutig, wie man meint, weil es sehr, sehr stark darauf ankommt, was man sich sozusagen genau anschaut. Also wenn wir sagen, Alea, der Würfel, würfeln wir mal. Gut, kann man das irgendwie vorhersagen? Nicht wirklich. Also es kommt halt eine 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 raus. Das heißt, diese gesamte Unsicherheit, die wir im Würfeln haben, ist halt einfach aleatorische Unsicherheit. Kann man halt nichts reduzieren. Wenn wir jetzt aber sagen würden, na gut, wir messen jetzt mal genau die Ausgangsposition und würfeln den auf eine ganz gewisse Art und Weise, dann hat man ja vielleicht eine bisschen bessere Chance, vorherzusagen, was denn dann rauskommt. Und jetzt halt in einem ganz übertriebenen Extremfall, wenn man wirklich jede Windbewegung und Geschwindigkeit und sonst was messen könnte, könnte man es ja theoretisch perfekt vorhersagen. Das heißt, alles, was davor aleatorische Unsicherheit war, kann dann irgendwie zur epistemischen Unsicherheit sozusagen sich umwandeln. Aber das widerspricht ja schon wieder dieser Definition, dass die aleatorische nicht reduzierbar ist. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man da immer schaut, in was für einem Kontext und in was für einem Framework bewegt man sich. Und wie es funktioniert, dass man die trotzdem relativ sauber definieren kann und gut auseinanderhalten kann, ist, dass man eben zum Beispiel sagt, na gut, man hat halt einfach eine gewisse Datensituation. Also man hat gewisse Variablen, man kennt gewisse Eigenschaften von seinen Daten. Und solange man die nicht verändert, kann man aleatorische und epistemische Unsicherheit schön sauber definieren. Also im Würfelbeispiel ohne irgendeine Kamera und ohne eine Ausgangsposition, da weiß man halt nichts Zusätzliches. Und das ist alles aleatorisch. Wenn man jetzt aber dieses ganze Framework verändert, könnte man dann wieder sagen, okay, man hat die Ausgangsposition nochmal als Variable. Und dann ist wieder dieses epistemische und aleatorische sozusagen eindeutig definiert. Und das hilft einem dann im Nachhinein wieder bei der Betrachtung mit, was ist jetzt tatsächlich reduzierbar. Weil das ist ja im Endeffekt das, was einen interessiert. Man möchte ja irgendwie diese Unsicherheit reduzieren. und meistens fängt man dann gar nicht viel mit der aleatorischen an, weil die ist halt einfach diese Zufälligkeit, die drin ist. Okay. Du hast jetzt auch viel von Unsicherheit reduzieren eben gesprochen. Vorhin hatten wir auch schon erwähnt, manchmal will man es vielleicht auch gar nicht. Also, aber ich finde das sehr spannend. Das erinnert mich auch an eigene Studien, die ich gemacht habe, über Unsicherheit von neuronalen Repräsentationen im Gehirn. also es gibt Zellen im Gehirn, im Hippocampus, die signalisieren den Ort im Raum, während ein Tier rumläuft. Da kann man die Hirnströme messen und dann sieht man sozusagen an einer Stelle im Raum, dass diese eine Zelle immer gerne aktiv wird. An einer anderen Stelle ist es eine andere Zelle. Und so, wenn man die ganze Population dieser Zellen anschaut, kann man sozusagen rückwirkend, mit einem belgischen Decoding zum Beispiel, relativ gut, ohne dass man das Tier beobachtet, also man muss das Tier einmal vorher beobachtet haben, um sozusagen die Zuständigkeiten der Zellen kennenzulernen, aber dann kann man im Nachgang ohne Kamera relativ gut dekodieren, wo das Tier rumläuft. Obwohl das Ganze sehr unsicher ist. Da gibt es große Streuungen, sprich davon Overdispersion, also Überstreuung. Es ist sozusagen zufälliger als Poisson nochmal, also nochmal zufälliger als einfach nur Würfeln. Und das Interessante war damals, dass die ganze Wissenschafts-Community sozusagen versucht hat, dieses Rauschen zu reduzieren und zu verstehen oder irgendwie zu modellieren durch noch extra Prozesse und so weiter. Und was aber ganz interessant war, wenn man genau hingeschaut hat, war die Abweichung, also das Rauschen, korreliert zwischen den einzelnen Zellen, was dann eigentlich dafür gesprochen hat, dass es sozusagen aus unserer Sicht ein epidemisches Rauschen zwar ist, weil wir nicht genügend Wissen haben, was da passiert, aber was ist das für das Tier? Ist das ein Problem für das Tier? Oder ist das Tier sozusagen oder dieser Organismus, kann es das auch nutzen? Es kann ja sein, dass es das weiß, in welcher Weise oder was gerade dieses Gesamtmuster der Zellen, das Gesamtfeuermuster verschiebt oder so. Und tatsächlich habe ich mir dann Tiere angeschaut, die im Dunklen rumgelaufen sind und wenn die gegen die Wand gelaufen sind, dann hat sich dieses Muster sozusagen wieder stabilisiert und es war wieder ein bisschen korrekter. Das heißt, die Zellen haben wieder mehr an den Stellen gefeuert, wo sie feuern hätten sollen, basierend auf den Sessions im Tageslicht, basierend auf den Experimenten. Und ich habe damals viel drüber nachgedacht, woher kommt jetzt eigentlich dieses Rauschen und wie sollte man das interpretieren? Weil in der ganzen Dekodierungstheorie, also sozusagen, wenn man sich von einem Algorithmus oder von einer KI, in dem Fall war es eine wirkliche Intelligenz, den Output anschaut und man hat da so ein bisschen Rauschen, dann stellt sich die Frage, was kann man damit dann machen? Was kann sozusagen ein nachgeschalteter Mechanismus wiederum damit machen? Je verrauschter das aussieht, desto mehr wirkt so, als kann ein nachfolgender Mechanismus nichts mehr damit anfangen. Zum Beispiel, wenn wir dieses Belschen Decoding gemacht haben, um den Ort zu dekodieren, haben wir dann natürlich Probleme, wenn das Rauschen groß ist. Jetzt, wenn man aber die Korrelation inzwischen den einzelnen Zellen sich angeschaut hat, dann wurde das Ganze plötzlich ziemlich viel besser, die Performance von dem Decoder. Und da war es dann auch so, woher soll das Tier denn eigentlich auch wissen, wo es ist, wirklich bis auf den letzten Millimeter? Also bis zu welcher Genauigkeit können wir überhaupt erwarten, dass die Daten wirklich auch genauer gemessen werden können? Im Endeffekt hat ein Tier halt auch einen Messfehler. Und in diesem Kontext ist es auch mathematisch, finde ich, sehr interessant, wo man sozusagen den Noise-Term ansetzt. Ich weiß nicht, wie ihr das in der Regel beschreibt. Also ich weiß nicht, wir haben jetzt keine Tafel hier und vielleicht blenden wir es im Nachhinein mal ein. Was sind denn so die gängigen Noise-Modelle, die ihr jetzt bei euren Betrachtungen verwendet? Also wir betrachten das gar nicht so konkret, dass wir sagen, okay, es gibt einen Noise-Term und es gibt noch irgendwelche anderen Terme. Aber das ist total interessant, weil das spielt ja genau darauf an, dass so in dieser klassischen Statistik sagt man, okay, man will sein Y modellieren, das ist gleich irgendeine Funktion vom X plus Epsilon. Plus Epsilon, genau. Und das ist dann eben diese Frage, ob sozusagen tatsächlich dieser ganze Noise oder dieses ganze Rauschen wirklich einfach nur in diesen Labels sozusagen drinsteckt, dass man die irgendwie nicht sauber messen kann. Oder wie du es eben schon ein bisschen angedeutet hast, dass es halt einfach in den Daten an sich oder im Gehirn des Tieres an sich schon drinsteckt. Also um in der Formel zu sprechen, wäre das dann sowas wie man hat Y ist gleich F von X plus Epsilon, Klammer zu, plus vielleicht noch ein anderer neues Termin. Noch ein zweites Epsilon, ja. Genau. Und das macht halt sehr viel Unterschied. Ja. Also auch in der Art, ja, in den Nicht-Linearitäten, die sich dann bilden und so weiter. Ja, total. Also das ist super relevant, sich eben genau solche Gedanken zu machen. Und das ist auch sozusagen, wofür ich als Statistikerin im Herzen immer plädiere, dass man sich da seine Daten auch wirklich hinterfragt, wo die herkommen, was da genau passiert ist. Weil eben genau diese typische Machine Learning-Betrachtungsweise ist auch ähnlich, dass man sagt, na gut, dieses Rauschen, dieses Epsilon, das hängt halt nur damit zusammen, dass du es halt nicht ganz perfekt modellieren kannst. Und es ist natürlich Gauß. Genau. Und es ist natürlich Gauß verteilt. Sowieso. Everything is normal. Und das ist eben genau das Wichtige, dass man sich auch nicht nur überlegt, wo kommt ein potenzielles Rauschen her, sondern auch, hat man überhaupt alle wichtigen Variablen irgendwie gemessen? Hat man überhaupt die Daten, die man sich anschaut, sind die alle aus einem total kleinen Bereich gesampelt, obwohl die wahre Welt oder die Realität eigentlich viel breiter wäre und man eigentlich ein viel, viel allgemeineres Modell hätte haben wollen. Das geht aber nicht, weil die Daten halt nur sehr spezifisch sind oder man hat irgendwelche Missing-Data-Situationen, also fehlende Datensituationen, dass da entweder ganze Beobachtungen oder einzelne Variablen fehlen. Also so diese ganzen typischen Probleme, die man eigentlich so aus der Statistik irgendwie mal kennt und auch eigentlich gelernt hat, wie man mit denen umgehen kann, die werden total irgendwie vernachlässigt im Machine Learning-Bereich. Da sagt man, okay, ich habe hier mal einen perfekten Datensatz. Damit machen wir, da schmeißen wir jetzt ein Neural Network drauf und jetzt läuft alles. Aber genau, das spielt so ein bisschen auf eben dieses Überdenken, was sind die Unsicherheitsquellen, wo kommen sie überall her, wie können die irgendwie interagieren mit den Problemen in den Daten und was kann man daraus dann sozusagen machen. Warum sollte ich mich drum kümmern? Warum sollte ich, wenn ich meinen Machine Learning-Algorithmus verwende, warum sollte ich mich drum schätzen? Was ist denn dein Ziel mit dem Machine Learning-Algorithmus? Also ganz oft will man ja zum Beispiel ein möglichst zuverlässig oder an sich ein möglichst gutes Modell haben. Da sagt man eben also ganz oft so, schaut man einfach, wie ist denn die Accuracy allgemein? Ja. Wenn man die möglichst hoch hat, wäre es ja schön und gut. Das ist so das Ziel vom Modell. Wenn jetzt aber die Frage ist, möchte man zum Beispiel für neue, unbekannte Datenpunkte was vorhersagen, dann wäre es ja ganz interessant, da zu wissen, wie ist jetzt bei genau diesem einen neuen Patienten von mir aus in irgendeinem medizinischen Beispiel, wie ist da jetzt halt genau die Sicherheit, dass das Ergebnis, dass der Algorithmus ausspuckt, auch tatsächlich so ist. Und das sollte einen auf jeden Fall interessieren, zumindest in Anwendungen, die irgendwie ja so ein bisschen relevanter, ein bisschen sensibler sind. also sowas wie im Endeffekt überall, wo es irgendwie um Menschen geht. Also wenn man jetzt halt sagt, gut, mein Handy hat jetzt das Foto von dem Tier falsch einsortiert und denkt, das ist eine Katze anstatt ein Hund, mei, passiert halt mal, wäre jetzt halt nicht so schlimm. Aber wenn man jetzt halt sagt, so ups, jetzt habe ich den Patienten aus Versehen als super gesund einsortiert, aber in Wahrheit stirbt er jetzt in der Woche an irgendeinem Tumor im Gehirn, das wäre jetzt halt schon wieder ein bisschen problematischer. Und deswegen finde ich das eben genau in solchen Anwendungsfällen, also wo sozusagen die Entscheidung einen großen Einfluss auf, ja ich glaube meistens ist es schon Sachen, wo dann im Endeffekt jetzt irgendein Lebewesen sozusagen da mit der Entscheidung leben muss, dass es da eben wichtig ist, auch solche Unsicherheiten ja benennen zu können, wissen zu können, wo die auftreten und die dann im Idealfall entweder reduzieren, wenn das möglich ist oder wie in dem Beispiel mit vorhin mit dem Tier, das nicht genau weiß, ob das jetzt hat ein Zentimeter weiter links oder rechts steht, dass wenn man weiß, dass das einfach Unsicherheiten sind, die existieren, die einfach noch mit in diesen Modellierungsprozess mit aufnehmen. Genau, also das ist glaube ich so das wichtige Fazit, wenn man eh nichts mit dem Ergebnis verändern kann, also wenn man nicht die Möglichkeit hat, irgendwie auf das Ergebnis von dem künstlichen Intelligenzalgorithmus zu reagieren, dann braucht man die Unsicherheit auch nicht, weil wenn einfach das Ergebnis ist da und so wie es ist, wird es weiterverwendet, man kann nichts machen, dann bringt es einem vielleicht auch nicht so viel. Aber ganz oft hat man ja trotzdem irgendwie so den Human in the Loop, sage ich mal, also den Menschen, der wirklich irgendwie darauf reagieren kann, sei es in irgendeinem Beispiel, wo automatisiert Kfz-Versicherungsfälle eingeteilt werden sollen. Naja, bei möglichst unsicheren Fällen, dann kann man das ja trotzdem einem Sachbearbeiter schicken. Genau, habe ich gerade dran gedacht an das Beispiel. Es ist ja wirklich so, dass wir eigentlich in doch sehr vielen, also auch in unserer Arbeit, in sehr vielen Fällen doch einfach ja, Klassifizierungen machen, die am Ende irgendwie auch eine Bedeutung haben, ja, für den Kunden, für den Endanwender, wie auch immer, jetzt in dem Fall, weiß ich nicht, Kreditvergabe oder Versicherungen, Schadensregulierungen und so weiter. Es ist halt einfach ein Unterschied, ob, wenn ein Algorithmus ganz sicher ist, der Schaden muss abgelehnt werden, dann ist das einfach was anderes, wie der Mittelwert ist zwar immer noch bei Schaden ablehnen, aber eigentlich ist die Streuung riesig und da ist auch ein großer Teil in dem Bereich Schaden annehmen, sozusagen. Ja, also, da gibt es auch ganz spannende Anwendungsfälle, wie man dann sozusagen nochmal ein bisschen weiter mit dieses Konzept, mit den unterschiedlichen Unsicherheiten anwenden kann. Zum Beispiel, wenn man sagt, man hat dann jetzt irgendwie ein neues Beispiel, da ist sich der Algorithmus unsicher, das muss sowieso zu einem Sachbearbeiter geschickt werden und wenn der das dann sozusagen danach nochmal neu labeln kann und man kann genau diesen Fall wieder in seinem Modell mit aufnehmen, das nennt sich dann Active Learning, also so aktives Lernen, wenn man sozusagen aktiv immer wieder die Daten sozusagen erweitern kann und da ist wieder total interessant, wenn man ein Beispiel hat, wo diese epistemische Unsicherheit hoch ist, also diese reduzierbare, dann wird das ja im Idealfall dem Algorithmus besonders viel helfen. Genau. Weil es jetzt nicht einfach eine zufällige Streuung ist, wo man sagt, naja gut, das war halt jetzt einfach so ein Grenzfall, sondern das ist wirklich irgendwas Neues, Unbekanntes sozusagen und das ist da eben, gibt es relativ viele spannende Anwendungsfälle tatsächlich, wo es dann im Nachhinein, wenn man genau weiß, welche Beobachtungen sind die mit der hohen aleatorischen, und welche sind die mit der hohen epistemischen Unsicherheit, dass man damit dann eigentlich echt viel anfangen könnte. Gibt es auch Verfahren, wo zum Beispiel während einem Active Learning das Labeling, wo da doch zusätzlich noch eine Unsicherheit mit angegeben wird? Also ich hatte das mal bei einem, da ging es um Schadenserkennung in Bildern und Videos und da haben wir auch immer wieder mit dem Gedanken gespielt, sozusagen dann noch das mit einem Active Learning Ansatz zu erweitern und ich habe mir immer gewünscht, dass dann der Nutzer auch angeben kann, wie sicher er sich denn ist bei seiner, bei seinem Labeling sozusagen, dann könnte man das halt auch wieder mit einfließen lassen und so weiter. Ja, also ist auf jeden Fall jetzt halt sozusagen ein aktives Forschungsfeld, wie man das gut machen kann, aber da, das ist eben nämlich genau ein Thema, dass man weggeht von diesen Ground Truth Labels, das ist jetzt ein schades Fall, ja, das ist einer Nein, sondern dass man so diese Unsicherheit, die einfach in den Daten mit drinsteckt, dass man die mitmodelliert. Genau, also jetzt hat direkt in Kombination mit Active Learning, weiß ich jetzt nicht genau, ob mir das über den Weg schon gelaufen ist, aber es sind auf jeden Fall zwei Gebiete, die viel mit diesem Unsicherheitsthema zu tun haben und da macht es ja total Sinn, das auch zu verbinden. Ich meine, in unserem menschlichen Umgang miteinander arbeiten wir ja auch damit, das sagen wir ja auch dazu, wenn wir uns unsicher sind bei einer Aussage. Ja. Also, keine Ahnung, steht mir das Hemd oder was weiß ich, dann sagt das Gegenüber vielleicht, ja, total oder so, ja, ja, probier doch mal noch ein anderes an, ja, das ist ja im Prinzip auch schon ein Label, aber mit einer Unsicherheit dazugegeben und deswegen ist es für mich nur eine natürliche Konsequenz, dass wir das auch weiter einbauen. Ganz praktisch gesehen, was sind denn die Ansätze, wie man jetzt die Unsicherheiten im Output von einer KI misst? Also, ich denke da vor allem an Variationsansätze, dass man den Input variiert und schaut, wie sensibel, also Sensitivitätsmessungen macht wahrscheinlich. Das ist eine Möglichkeit, genau, ganz viel wird, also zum Beispiel so eine ganz heuristische Methode, die aber öfters angewendet wird, ist, das nennt sich dann Monte Carlo Dropout. Dropout ist ja eine Möglichkeit, wie man bei neuronalen Netzwerken, die so ein bisschen regularisieren kann, dass die Ergebnisse da stabiler sind und das macht man, indem man sozusagen einzelne Neuronen einfach mal während dem Trainingsprozess mal ausschaltet, mal einschaltet, dass sozusagen nicht das gesamte Ergebnis an einer gewissen Stelle komplett nur von dieser Stelle abhängig ist, sondern dass man so ein bisschen diesen Lernprozess verteilt auf dieses gesamte Netz. Das ist ursprünglich eigentlich eine Methode eben aus dem Training des neuronalen Netzes, aber was man auch machen kann, ist, dass man das, wenn es schon fertig trainiert ist, nochmal anwendet, den gleichen Input sozusagen mehrfach durch dieses neuronale Netz schickt, immer wieder mit unterschiedlichen von diesen Neuronen an und aus und man hat dadurch eben auch eine Variation vom Output und sieht dann sozusagen dieser gleiche Input, je nachdem, ob das eine Neuron links oben an ist oder das andere rechts unten aus, unterscheidet sich dann ein bisschen der Output und das sorgt eben dafür, dass man einfach mehrere Ergebnisse hat und da sieht man ja dann auch eben wie stark streuen die sind. Und die wird zum Beispiel bei genau diesem Input immer der Schaden vorgehergesagt, also es ist immer ein Schadensfall. Dann kann man sich sicherer sein, dass es tatsächlich einer ist, als wenn diese Streuung extrem groß ist. Also das zeigt eben irgendwie, wie kommt man auf so eine Art von Konfidenzintervallen. Und da gibt es eben viele unterschiedliche Möglichkeiten, also dieses Monte Carlo Dropout ist eine Möglichkeit, ganz typisch auch Ensemble Methoden, also dass man mehrere Modelle oder mehrere gleiche Modelle trainiert und da auch wieder die Outputs vergleicht, also auch sehr, sehr ähnliche Möglichkeit. Was jetzt halt so, ich sag mal, im Kommen ist, sind bayesianische neuronale Netzwerke. Da ist sozusagen die Idee, dass man anstatt einfach feste Werte für seine einzelnen Gewichte überall hat, legt man auf jedes einzelne Gewicht eine Verteilung drauf. Samplet dann jeweils die. Und genau, macht es dann eben über diesen bayesianischen Ansatz und dann kann man eben auch schauen, wie sich die Ergebnisse, wie sozusagen diese Verteilung von, also dieser Predictive Posterior nennt sich das, also von dieser Prädiktion, von dieser Verteilung, die eben die Zielvariable beschreibt. Aber da muss man auch vorsichtig sein, nehme ich mal an, sowohl bei dem Ansatz jetzt wie auch bei dem Dropout-Ansatz. Das geht wahrscheinlich erst ab einer gewissen Größe und Robustheit von dem Algorithmus, von dem Netzwerk. Wenn ich jetzt ein kleines Perzept von mit ein paar Neuronen habe, dann ändert halt jedes einzelne Neuron an oder aus sehr viel. Ja, total. Also das ist, glaube ich, allgemein eine Aussage, die immer stimmt, dass man da wirklich drauf achten muss, dass die Modelle und die Datengröße und alles halt gut zusammenpassen und dass man da kein super krasses Overfitting hat oder auch überhaupt Modelle hat, die sozusagen komplex genug sind, um die Struktur zu erfassen. Also genau das Gleiche, wenn du jetzt halt irgendwelche Bilder klassifizieren willst und da mit einem linearen Regressionsmodell, also dieses allereinfachste Modell, was es in der Statistik gibt, mit dem anfängst, dann kommt man da halt nicht weit. Und dass man da wirklich die Sachen aufeinander abstimmt, ist, glaube ich, insgesamt in allen Anwendungsfällen wichtig, egal, ob man sich jetzt die Uncertainty anschaut im Nachhinein oder nicht. Was ich auch als sozusagen als Best Practice für mich in meinem Leben erarbeitet habe, ist den Prozess, von dem ich ausgehe, das Modell, was auch immer, die Formel, wie auch immer, die Input-Output-Funktion, dass ich die wirklich modelliere und simuliere, Monte Carlo-mäßig und wirklich eine Streuung ansetze an verschiedenen Stellen und mir mal wirklich auch anschaue, was dann am Ende da rauskommen kann. Da können ja total verrückte Sachen rauskommen, die man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil man irgendwie nicht die Extremwerte mitprobiert hat oder so. Und ja, es ist ja auch selbst in einem Datensatz, der, sage ich mal, irgendwie abgeschlossen ist und stabil, auch da drin kann es ja sein, dass es Regionen gibt, die unsicherer sind und so weiter. Und ich finde, das ist immer sehr hilfreich gewesen, einfach das wirklich auszuprobieren und rumzuspielen damit. So Surrogat-Modelle machen und solche Dinge. Was ich jetzt in letzter Zeit auch immer häufiger höre, sind conformal Predictions. Habe ich mich persönlich jetzt noch nicht sehr viel damit auseinandergesetzt. Sagt dir das was? Ja, auch sehr spannendes Thema. Also ich bin jetzt halt nicht zu 100% fit in den allen Untiefen der Theorie dahinter. Aber das ist auch, gefällt mir wieder, also ich muss es so oft sagen, aber als Statistikerin finde ich es wieder wirklich sehr spannend, weil das so ein bisschen so eine Idee von Hypothesentests in sich hat. Also man hat da, das ist eine Methode, wie man eben eine Unsicherheit quantifizieren kann oder beziehungsweise bei Conformal Predictions geht es darum, dass man nicht ein einziges Label vorhersagen möchte, sondern sagen möchte, so okay, was sind denn sehr wahrscheinliche Label? Also es macht meistens Sinn, wenn man irgendwie mehrere Klassen zur Klassifikation hat oder in einem Regressionsbeispiel halt mehrere Werte. Also wenn es nur Ja oder Nein ist, ist es ein bisschen schwierig, damit kann man dann nicht viel anfangen. Aber die Idee dahinter ist, dass man eben schaut, man hat seine Daten und schaut, trainiert sein Modell darauf, das ist jetzt auch erstmal total agnostisch, was das für ein Modell ist. Das kann man, soweit ich weiß, einfach dann im Nachhinein noch sozusagen diese Conformal Prediction draufsetzen und schaut einfach bei seinen bekannten Testdaten, wie sind, wie ist ein gewisser Non-Conformity-Score? Das heißt dann so, das kann im einfachsten Fall einfach der Softmax-Output sein von zum Beispiel so einem neuronalen Netzwerk. Das hat man eh schon, die sind aber sozusagen nicht sauber kalibriert. Also das ist ja keine tatsächliche Wahrscheinlichkeit. Wenn man das deswegen als Wahrscheinlichkeit verwendet, ist das ein bisschen schwierig, aber man kann es sehr wohl als Conformity- oder Non-Conformity-Score verwenden, der eben sagt, okay, wie konform, also wie passend ist die Vorhersage zu dieser Datensituation? Und dann gibt es ja auch einfach ein paar Grenzfälle, sage ich es mal, wo man vielleicht einen relativ niedrigen Wert für eine Klasse vorhergesagt hat, aber das war sie dann doch. Und dann schaut man sich im Endeffekt einfach an, na gut, wie ist es denn bei den extremsten 5% zum Beispiel? Klingt wieder sehr stark nach einem Hypothesentest. Und dann schaut man eben bei einer neuen Vorhersage, also bei einem neuen Datenpunkt, den man davor nicht kannte, welchen Score kriegt der jetzt? Und fällt der in diese Region von den Bekannten, wo man denkt so, ah ja, bei den meisten hat es ja so gepasst, oder ist das zu non-konform? Und dann kann man das sozusagen mit jedem möglichen Label ausprobieren, also wenn wir jetzt fünf verschiedene Klassen für irgendwas hätten, dann schaut man, okay, wie ist es für Klasse 1, wie ist es für Klasse 2, wie ist es für Klasse 3? Und wenn man dann irgendwie sagen möchte, na gut, ich möchte jetzt aber mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% das wahre Label in meinem Set drin haben, dann kann man sich genau diese paar Klassen raussuchen, die eben möglichst konform dann sozusagen sind. Und dann kommt zum Beispiel raus, na gut, mit Klasse 1 und 2 decken wir schon diese 95% ab. Dann wissen wir uns, ja gut, mit diesen zwei Dingern, das ist ja schon relativ gut. Bei einer anderen Beobachtung reicht eine einzelne Klasse, da reicht nur die 1, da sind wir uns relativ sicher, das ist die 1. Und dann hat man da aber trotzdem diese 95%. Und wenn man jetzt irgendein drittes Beispiel hätte, wo total unsicher ist, also wo unser Algorithmus wirklich gar nichts damit anfangen kann, dann kommt zum Beispiel raus, na ja, es könnte Klasse 1, 2, 3, 4 oder 5 sein. Und dann hat man darüber eben eine sehr gute Aussage über die Unsicherheit oder Sicherheit von dem Algorithmus, weil man eben tatsächlich so eine Art von, ja ich nenne es mal eben Konfidenzintervall aufbauen kann. Und das ist halt total spannend, weil einem das ja dann doch was hilft, dass man dann wieder sagt, okay, wir nehmen nur die, die, wo nur eine Klasse vorhergesagt wird. Das sind die, wo wir uns ganz sicher sind. Und bei den anderen, dann muss doch vielleicht wieder ein Mensch drauf schauen. Okay. Spannend, ja. Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Ansatz. Wir sind jetzt auch direkt gleich wieder ein paar Erinnerungen hochgekommen, ein bisschen was dazu eingelesen. Was ich jetzt noch ganz spannend finde, ist, ich habe das jetzt auch gerade schon wieder total an so Bootstrapping und Checkknifing und so weiter erinnert, weil im Endeffekt nur da verändert man halt, nimmt man ein Subset vom Input und schaut, was dann rauskommt. Dann nimmt man ein anderes Subset, schaut, was rauskommt. Und so bildet man dann sozusagen eine Verteilung am anderen Ende. Finde ich, da sind gewisse Ähnlichkeiten da. Ist dann auch wieder sozusagen eine Brücke zurück zu dieser Sensivitätsanalyse, wo wir auch schon vorhin kurz gesprochen haben. Was siehst du denn so in der Praxis? Also wir haben ja jetzt vielleicht nochmal, um den Kontext zu geben, wir haben ja jetzt auf politischer Ebene in Europa immer mehr Regulationen, Regulatorien für KI, gerade auch in den Bereichen, wo wir schon darüber gesprochen haben, Versicherungen, Banken, Medizin sicherlich sowieso, ja, da gibt es ja schon immer viele Anforderungen und so weiter. Was siehst du denn jetzt so im Bereich Unsicherheitsmessung in der KI als so das, was wir als nächstes wirklich auch sehen werden in der Praxis? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dadurch, dass sozusagen die Theorie dahinter noch nicht so super safe und sound ist, ist es, glaube ich, relativ schwierig, da schon Aussagen zu treffen, also weil man muss ja erstmal eine gewisse gesicherte Methodik, sage ich mal, haben, damit da das überhaupt irgendwie in Frage kommt. Können wir die denn willkommen? Ich hoffe, ja. Deswegen mache ich ja mein PhD genau zu dem Thema und hoffe, dass man da ein bisschen eben sozusagen einen Teil dazu beitragen kann, weil eben genau sowas wie dieses Monte Carlo Dropout, naja, man macht halt ein paar Neuronen an oder aus, aber wie viele und wann und warum? das sind alles Fragen. Daumenregeln und so weiter. Und am besten halt nicht nur Daumenregeln, sondern am besten halt wirklich irgendwie mathematisch, methodisch gesichert, dass man sagen kann, gut, wenn man diese Werte verwendet, dann hat man tatsächlich irgendwie mit einer gewissen Sicherheit, eine gewisse Unsicherheitsmessung. Sowas in der Art. Also deswegen hoffe ich, dass sozusagen jetzt halt die ersten Schritte sind, dass da am besten, also ich glaube, dass was da wirklich viel helfen würde, wäre so ein bisschen mehr, also ich nenne es mal interdisziplinäre Forschung im Sinne von, dass da jetzt halt nicht nur reine Informatiker, nicht nur reine Statistiker, nicht nur reine Mathematiker daran forschen oder nicht nur reine Physiker. Das ist ja genau, also wie du es auch gesagt hast, ein wichtiges Thema. Sondern dass man da so ein bisschen die Brücken schlägt zwischen den Disziplinen, weil das glaube ich genau das ist, was einem viel hilft. Also vielleicht hat man da die Informatiker, die mit vielen guten Ideen kommen. Sowas wie das Monte Carlo Dropout ist ja eigentlich eine sehr heuristische Anwendungsweise. Und wenn da jetzt halt mal ein Mathematiker da hinkommen würde und sagen würde so, okay, ich beweist dir jetzt, warum das auch funktioniert. Und jetzt zeige ich dir, warum das garantiert unter diesen und jenen Annahmen funktionieren muss. Wenn das alles sozusagen erfüllt ist, dann glaube ich, dass es auch deutlich einfacher sein wird, irgendwie so auf politischer Ebene Regulatorien bringen zu können. Ja. Deswegen wird halt sonst, glaube ich, viel einfach mit ganz einfachen linearen Regressionsmodellen gearbeitet, weil da hat man eben so Sicherheitsaussagen, da hat man halt einfach Hypothesentests. Und wenn die Annahmen stimmen, dann hat man halt auch sozusagen. Ja, ich habe das Gefühl, dass tatsächlich inzwischen schon man jetzt doch mal langsam weggeht von der linearen Regression und viele Unternehmen wirklich jetzt KI-Modelle verwenden und tatsächlich auch in kritischen Bereichen. Und das nimmt jetzt auch nochmal einen Schwung durch die Medien aktuell. Chat, GPT und Co. Jetzt ist KI wirklich angekommen irgendwie. Aber das Überprüfen dessen und die Regulationsbehörden und so weiter oder Regulierungsbehörden, die tun sich da, glaube ich, tatsächlich echt noch ein bisschen schwer, weil das halt eben wirklich ein sehr kompliziertes Feld ist. Ich bin mir auch echt nicht so sicher, wie viel man da wirklich nachher machen kann, weil es wieder in jedem Einzelfall sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, was man, was die Mathematiker zum Beispiel liefern könnten, wären so Upper Bounds und so Sachen. Also, dass man zumindest erstens mal so die Konvergenzraten oder irgendwie sowas in der Art. Dass man solche Dinge finden und festlegen kann. So Fischer-Informationen und sowas. Aber so ganz genau werden wir das Thema, glaube ich, auch einfach schon auf Grund von der Natur der Welt sozusagen nicht handeln können. Aber ja, also ich finde, das ist ein wirklich sehr spannendes Thema. Ich bin total happy, dass du hier bist und darüber sprichst mit uns. Und kann ich mir gut vorstellen, dass wir da auch nochmal zusammenkommen könnten zu dem Thema. Da tut sich ja jetzt sicherlich auch eine Menge. Ja, total. Also das sind auch so, glaube ich, meine, ich würde fast sagen, abschließenden Worte, dass es sich so viel getan hat jetzt in den letzten, ich sage mal, fünf Jahren in der Forschung, was so diese ganzen Unsicherheiten angeht, dass in den nächsten fünf Jahren werden da, glaube ich, schon auch nochmal ein bisschen, ja, ich sage mal, mathematisch stabilere Konzepte aufkommen. Also ich bin mir, ich bin da sehr zuverlässig, zuversichtlich, dass da was Gutes kommen wird. Ich habe gerade drüber nachgedacht, eigentlich müsste man so einen Unsicherheitskatalog auch mal aufbauen. Was sind denn überhaupt so, also weil tatsächlich bei uns in der Praxis, in den Projekten haben wir das oft, das Interdisziplinäre fehlt irgendwie so ein bisschen. Dann schauen halt die einen Leute drauf und die anderen Leute und so weiter und irgendwann zeigst du das Ergebnis, dem Ingenieur und der sagt, ja klar, Temperaturschwankungen. Genau und solche, ich meine, das sind jetzt wirklich einfach ganz banale Ursachen für Unsicherheiten, aber auch das ist ja was, was man eigentlich auch mal so ein bisschen sammeln könnte. Da müssten nicht immer alle Leute wieder von vorne anfangen und natürlich diese Unsicherheiten wirklich einfach messbar machen, dass man irgendwie einen Mechanismus in den Algorithmen hat, der sagt, Obacht, da ist irgendeine Unsicherheit drin, die euch das Ergebnis, die das Ergebnis in Frage stellen lässt. Gerade eben dann Out of Sample, wenn man sich neue Daten anschaut und so weiter und es ist ja immer wichtiger, dass die Ergebnisse von KI wirklich verlässlich sind, auch in die Zukunft. Wir haben immer mehr produktiv gesetzte KI-Algorithmen, die müssen dann funktionieren und da dürfen keine kritischen Dinge passieren. Vielleicht noch eine Frage, die mir jetzt aufgrund der aktuellen Situation so ein bisschen auf dem Herzen liegt. Hast du dich mal beschäftigt mit den Large Language Models und deren Unsicherheiten und so weiter und den Ansätzen, die es da jetzt so gibt, Guardrails oder Railguards oder wie auch immer, diese ganzen Frameworks, die es jetzt da gibt, um irgendwie zu versuchen, das Thema Unsicherheit dort zu handeln und Verlässlichkeit? Also tatsächlich, ich persönlich jetzt habe mich nicht viel damit auseinandergesetzt. Die funktionieren, also das ist ja auch kein klassisches Supervised Machine Learning Thema, das sind ja eher generative Modelle. Aber im Endeffekt, diese Idee lässt sich ja übertragen. Das ist ja so, im weitesten Sinne wird das nächste Wort vorhergesagt und je nachdem, wie sicher diese Vorhersagen wieder sind, spielt das auch alles eine große Rolle und da merkt man auch, also ich glaube so, dass, ja, ich glaube, da ist einfach auch der wichtige Schritt, dass man versteht, dass zum Beispiel so Chat-GPT, dass das ja im Endeffekt keine Wissensdatenbank ist oder sowas, sondern einfach nur ein Modell, das möglichst gut gelernt hat, menschlich klingende Sprache von sich zu geben und sozusagen sinnvolle Antworten auf diese Inputs und Prompts zu geben. Aber das ist jetzt sozusagen, einfach sozusagen in der Natur der Sache nicht um Wahrheiten und Fakten und sowas geht und ich glaube, wenn sozusagen dieser Gedanke und diese Idee auch schon ankommt, dann ist das alles halb so wild, weil dann nimmt man jede Antwort, die einem Chat-GPT gibt mit einem, wie heißt das, with a grain of salt? Grain of salt. Ja, with a grain of salt. Ja, gebe ich dir völlig recht. Ich glaube auch tatsächlich, ich habe da gestern Abend drüber nachgedacht, selbst wenn wir die perfekte KI haben, die wirklich alles weiß, es ist immer noch, immer im Kontext mit uns selbst und wir haben immer noch auf unserer Seite eine Unsicherheit. Das heißt, du musst ja immer auch die richtige Frage stellen. Selbst an die perfekte KI musst du die richtige Frage stellen. Außer vielleicht, sie kennt dein gesamtes Gehirn mit allen momentanen Zuständen und sonst was und der ganzen Historie, dann können sie es für sich vielleicht auch so erarbeiten. Aber ja, ich finde das ganze Thema wirklich sehr spannend. Auch so Konzepte wie Konsistenzchecks von Algorithmen mit sich selbst. Zum Beispiel bei Chat-GPT könnte man ja sagen, ja, zu dem Prompt, gib mir eine Ausgabe. Dann frage ich den Algorithmus, was war denn ein potenzieller Prompt für diese Ausgabe und lass den mit dem Prompt nochmal eine Aussage generieren und so weiter und check die dann gegen, ob die inhaltlich immer noch das Gleiche sind und solche Sachen. Da kann man, glaube ich, noch eine Menge machen. Ist halt alles ziemlich kostspielig über diesen riesigen Modellen. Aber bin ich sehr gespannt, was kommen wird und freue mich auch auf deine Forschungsergebnisse zum Thema Unsicherheit. Ich habe noch so ein paar Fragen, die ich am Ende mal ganz gerne stelle. Sehr gerne, sehr gerne. Und zwar einmal, wir haben jetzt eben gerade viel über Unsicherheit gesprochen. Wenn man jetzt eine KI bauen würde, die du wärst, erstens mal, ist das überhaupt möglich oder gibt es da zu viel Unsicherheit? Gab es sozusagen zu viele Zufälle in deinem Training, die dafür gesorgt haben, dass du so bist, wie du bist und das kann man nicht reproduzieren? Oder denkst du, dass die, dass sozusagen die Unsicherheit nur in der Expression am Ende sozusagen eine Rolle spielt, wenn es um Persönlichkeit geht und um, ja. Ich finde es super schwierig, das als sozusagen Naturwissenschaftlerin zu beantworten, weil das fast eine philosophische Frage ist. Also was ist das Selbst, was ist die Persönlichkeit? Geht es da nur um irgendwie genau die gleiche Reaktion auf wie man mich anspricht oder sowas? Also das ist super schwierig. Ich glaube, also für mich persönlich macht ein Großteil meines Seins aus, dass ich halt selber irgendwas fühle und irgendwie wahrnehme und darauf direkt reagiere. Und ich glaube, wenn man einfach nur so einen Conny-2.0-Roboter da hätte, der quasi mein Beingehirn als neuronales Netz da abgespielt hätte, ich glaube, da würde so dieser springende Aspekt, dass man halt tatsächlich noch das Lebewesen dahinter ist, das selber was wahrnimmt und fühlt, würde halt verloren gehen. Ja. Ob es meine Freunde merken würden, weiß ich nicht. Den Conny-Turing-Test. Genau. Ja, also, ja, ich glaube, bei dieser Frage spielt auf jeden Fall die Unsicherheit der ganzen Entwicklung und so weiter auch eine riesige Rolle. Total spannend. Ja, noch eine letzte Frage an dich. Stelle ich auch immer ganz gerne am Ende nochmal. Was würdest du jetzt sozusagen hier in diesem Podcast oder Wodcast gerne mal sehen? Welches Thema hättest du gerne behandelt? Vielleicht auch in Anschluss an dein Thema oder auch was ganz anderes, was irgendwie mit KI zu tun hat? Also, ich finde es total spannend, wie viel eigentlich in kurzer Zeit tatsächlich auch so die, also ich meine, ich bin ja in der Forschung, deswegen ist das auch so meine Welt, was da alles passiert, aber da vielleicht wirklich Leute, die am Zahn der Zeit versuchen, diese Sachen tatsächlich auch jenseits von regulierten Bereichen, von Versicherungen und sonst was, wo es wirklich wichtig ist, dass es die Regulation gibt, wie insgesamt neue KI-Methodik da richtig bahnbrechend verwendet und angewendet werden kann. Also, ich glaube, da gibt es relativ viele spannende Anwendungsfelder. Was mir jetzt noch einfällt, bin ich irgendwo mal drüber gestolpert, dass es eine Firma gibt, die tatsächlich KI-gesteuert Klamotten faltet, die aus einer Wäscherei kommen und das ist ein höchst komplexes Problem, weil Stoffe, die einzelnen, wie jetzt hat was genau zerknüllt, wo liegt, also irgendwie total banal, aber auch total spannend und das war eine relativ schwierige Aufgabe, das tatsächlich zu automatisieren und wenn es da irgendwelche coolen Leute gibt, coole, kleine Firmen, keine Ahnung, coole Forscher, die Ideen haben, würde ich das sehr gerne hören. Okay, ja, das ist eigentlich eine schöne Idee, einfach mal so kleine Startups, die so ein ganz spezielles Problem haben, auch mal zu sprechen. Ja, vielen Dank. Danke, dass du hier warst. Ich bedanke mich auch, hat sehr Spaß gemacht. Dankeschön. Ja, vielen Dank und auch danke an die Zuhörer und damit würde ich die Session auch wieder beenden. Ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.